ok wir müssten eigentlich gleich da sein ja außenrum und weiter nach unten können wir hier hoch hier ist aber nichts dann einfach weiter ok jetzt haben wir hier ganz viel wasser hier ist eine mauer sind wir hier schon tatsächlich wir sind am unteren kartenrand angelangt dann haben wir jetzt alle vier karten ränder gefunden und die karte somit eingegrenzt trägt mir mal ein da hinten ist ein skelett und wir haben keinen bogen mehr wie konnte ich ohne bogen losgehen wo ich denn jetzt überhaupt hin ich will dahin hier ist nichts das hier ist die tür wo wir schon waren ja da waren wir schon und hier ist auch nichts dann sage ich mal hallo skelett zwei schläge und tod gibt es hier gar keine geheimgänge nein dann müssen wir im wasser weiter das nächste skelett die stinke bestimmt schon schlange so hier treffe ich und es trifft mich nicht hat aber leider auch nichts soll gleich noch mein ausdauertrank da ist auch nichts nö dann weiterschwimmen bisher haben wir auch noch keine tür nach unten gefunden da ist er ja schon wenn man vom teufel spricht nicht wahr okay hier geht es auch gar nicht mehr weiter außer nach oben dann gehen wir da jetzt hin aber speichern wir gleich noch mal okay da ist ja noch einer hey da hatte 25 gold dabei wie geil hier ist eine tür und sonst keine ja gehen wir da weiter nach oben habt ihr das gesehen man kann doch das schlüssel noch schauen hier sieht doch mal ist nicht hier ein geist geht es hier gar nicht mehr weiter nein hier geht es auch wieder nicht weiter ah dann ist das hier auch eine sackgasse wenn wir dann da irgendwie zurückkommen dann gehen wir da schnell hinschauen okay hier war glaube ich das mit der zweiten tür oder ah nee noch einen raum weiter so gehen wir hier waren oder geht es hier auch weiter hier wird es auch weiter wow nein es ist feier der hat mir trotzdem schaden zugefügt aber jetzt nicht mehr stirb du elender der höllenhund sehen wir erst hier weiter okay da ist sind nur nischen gehen wir weiter da ist auch schon das skelett das ich vorhin gehört habe und es hat nichts dabei hier gibt es eine das ist aber ein sehr kleiner raum ah und dann kommen wir auch hier hin dann können wir da noch mal schnell zurückgehen ein geist diese leuchtend roten augen die mich immer wieder in der aus der dunkle der ist bestimmt hier im heck gesporn so ich will jetzt erst mal hier zu lava zurück und hier und da jetzt runter schneewolf hake tüttelt bevor irgendwas machen konnte ui da wird gebrodelt ein mensch so tank der stärke wir sind gestärkt und können trotzdem nicht so direkt besiegen gleich mal heiltrank aber immer diese heiltränke die überhaupt nichts bringen so 27 gold ein day katana das war aber das gute ja das nehmen wir auch gleich mal her dann haben wir unser boah das ist eh schon getragen 149 benutzung äh ladungen hat es nur noch ja da steht auch benutzungen egal nehmen wir das day katana das hält eh nicht sehr lange vor allem wenn wir damit türen öffnen oder so und das war es auch schon ja ich glaube wir haben bisher auch noch nicht einen schatz in diesem dungeon gefunden dabei sollte das ein tempel sein hat ein tempel nicht reichtümer geht er rechts lang was wo wo kommt der plötzlich her ey block nicht die ganze zeit ab geht doch ein kurzbogen ja endlich haben wir wieder einen bogen das speichere ich doch gleich mal auch wenn es nur ein kurzbogen ist wir haben einen bogen irgendwo hier ist auch der troll äh wo muss ich denn jetzt eigentlich weiter gehen wir ja gehen wir nach oben jetzt ist das schon wieder da da ist er der teilt ganz schön aus so kriegshammer brauchen wohl kriegshammer macht glaube ich genauso viel schaden wie ein day katana ist er gerade schon wieder regeneriert das war das day katana 3 bis 18 ja egal nehmen wir mit so wo geht es jetzt weiter gehen wir nach Norden so nicht blöder troll lass mich in Ruhe bereits ist die Tür zugegangen so da links müssten wir schon gewesen sein und sonst gibt es hier nichts na gut außer das Wasser halt das hier die Räume verbindet gehen wir hier weiter ah jetzt ist da toll auch die spawn hier gibt es ein zwei Türen gehen wir nach oben hier haben wir auch wieder Wasser und hier ist auch nochmal Wasser gehen wir kurz durch okay sind wir dann demnächst wieder am Anfang boah jetzt werde ich da fast reingefallen hier geht es auch nur nach unten zurück ah und hier geht es nur hier weiter okay gehen wir erstmal hier runter ob hier überhaupt was ist nein hier ist gar nichts aber hier wenigstens und hier kommen wir dann wieder in einen Raum zurück in dem wir bereits nein in dem wir noch nicht waren den haben wir halt bloß schon entdeckt auf der Karte in dem Raum da hinten waren wir schon äh ja jetzt gibt es hier nichts mehr dann machen wir folgendes wir gehen hier zurück und schwimmen dort nach rechts ja ist richtig hier ich schwimme schon in die richtige Richtung oder ja jetzt ist dort oben irgendwo ein Troll regeneriert da ist er können wir gleich unseren Bogen wieder austesten so richtig schön im Takt bis er mal wieder schreit so der hat sich schon bewegt der ist garantiert gleich wieder da nur ein Buckler ich nehme mal das Daikatana wieder in die Hand okay da waren wir ja schon wir sind halt nur noch nicht da reingegangen aber vielleicht sollte ich mir das vielleicht mal anschauen oder hier weiter ach gehen wir erstmal hier weiter ah endlich mal Schätze eine Mark noch ein Daikatana ah dann den könnt ihr euch behalten uh frisch benutzt so wie es aussieht ähm so die Mark ach Moment mal das war eh ein Zaubergegenstand egal gehen wir hier weiter waren wir hier schon mal kommt mir bekannt vor aber nein waren wir nicht hier gäbe es auch eine Tür hier wird wieder gebraut okay gehen wir durch die Tür tolle Tür gehen wir hier runter so hier ein Skelett und es hat wieder mal nichts okay hier gibt es drei Türen gehen wir erstmal nach links also nach Westen wo das war jetzt knapp ich hab den nur noch gesehen und dachte nein wenn der jetzt spuckt bin ich tot gleich mal speichern gleich mal speichern okay ach hier waren wir ja schon ähm ja dann gehen wir doch hier weiter weiter also hier ist schon mal nichts hier ist haben wir zumindest eine Tür hatte der andere Gang eben nicht aber auch hier ist nichts tja gegen die Mauer rennt macht Spaß okay gehen wir nach Süden jetzt haben wir auch fast den Dungeon durch also dieses Stockwerk zumindest 18 Gold hier ist eine Tür was blöde Skelett kann ich wieder einen Heiltrank trinken okay gibt es hier sonst nichts nein nur diese Tür gehen wir durch hier gibt es eine Tür und was ist dort hinten hier gibt es wenigstens Fackeln was war das nochmal Minotaurus nein und 21 Go hold aha gut wir sind jetzt wahrscheinlich direkt im Eck der Karte yep sind wir dann schwimmen wir da mal kurz nach oben dann sparen wir uns diesen Umweg hier vorhin beim Rumschen habe ich den Sarg hier aber nicht gesehen schöner Steinsarg okay ich hatte mir das gerade eben ein bisschen anders vorgestellt aber egal wir kommen zumindest ein neues Gebiet in dem wir vorher noch nicht waren äh und das mich verwirrt sehen wir auf die Karte okay da gehen wir schnell nach links vielleicht ist da ja ein Schatz und dann gehen wir hier nach oben weiter die Tür die Tür kennen wir schon komisches Bild weiß nicht was er sein soll vielleicht eine Vase keine Ahnung ein Altar ein Altar mit frischem Blutopfer drauf gewesen ja gegen die Säulerin macht auch Spaß jetzt schon wieder glückliche Mensch ich habe doch gerade Portion genommen oder hier Portion so jetzt noch eine Stärke okay nochmal schnell Heidrank trinken jetzt komm schon geht doch fünf Gold wieder ein armer armer Mensch na Bettelmensch habe ich vorhin gesagt oder? Bettelmensch war es genau ich sollte mir meine Witze vielleicht mal merken wenn ich schon mal welche mache sei es jetzt mal dahingestellt ob die Witze lustig sind oder nicht wenn ich einen mache sollte ich ihn mir merken das stimmt mir doch zu oder? okay dann